Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Skyman und ich bin aktuell 16 Jahre alt. Ich bin für viele bekannt als der Typ, der immer gut drauf ist und probiert alles positiv zu sehen. Und ja, darum ist das hier ein Kanal voller guter Stimmung, Positivität, Fröhlichkeit. Hier krasse Explosionen einfügen, falls möglich, falls nicht, dann auch nicht. Auf diesem Kanal dreht es sich um alles, woran ich Spaß habe. Also meine Hobbys, wie zum Beispiel Zauberei, Cardistry, also eigentlich generell viel mit Karten. Aber auch Vlogs, Challenges und auf was ich konnte, die Ideen ich sonst noch so konnte. Am liebsten dreht es natürlich Videos mit meinen Freunden, was ihr aber auch gleich noch sehen werdet. Außerdem gibt es bei mir auch Livestreams, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram. Beim Thema Instagram, ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Ich heiße dort atskymanin-yt geschrieben, so wie da eingebündet ist. Und damit ihr jetzt mal einen kleinen Einblick von meinen Videos bekommt, gibt es jetzt eine Art, kleines Best-of-Highlight-Video, was auch immer. Nicht wundern, dass ich in manchen Clips eine Maske trage. Ich habe früher immer mit dieser Maske meine Videos gedreht, weil ich mich erst im Sommer gezeigt habe. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zaubertrick. Ein neues Deck Review. Zondeck. Lunamoon Deck. Touch Deck. Was? Stargazer, Playing Karts. Insomnium Deck. Meteor Deck. Wir sind rein, da. Firecram. Ibi. Im Hoh. Kiara. Hallo. Wieso? Sensei. Mir geht's gut. 3,8. Zastra. Hey. Hi. Warum ist da kein Fokus? Weil sein Fokus scheiße ist. Gar nicht wahr. Der braucht nur ein bisschen. Guck, da ist er wieder. Ne, doch nicht. Gurke. Müsli. Ich glaube, ich kotze. Wie hast du mit dem Zomber angefangen? Oh. Wir haben den Rufi. Jo, malzeit ganz, ganz liebe Grüße, liebe Skymini Army. Yo, liebe Community von Skymini. Hallo am Start. So, liebe Leute, das war's mit dem Video. Ich hab auf jeden Fall das Ganze heute gefallen und unterhalten. Wenn dem so ist, könnt ihr mir auf jeden Fall gerne den Daumen nach oben dazu daun lassen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. So, wenn du jetzt denkst, es könnte doch ein Kanal für mich sein, dann abonniert du mich doch gerne hier. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag um an sich. Ciao. Tschüss.